Toll, Drio, und herzlich willkommen zurück zum Malemond. Ja, bei mir ist der Musi und wir fliegen jetzt nochmal zu Merkur, nachdem wir das erste Mal vergeigt haben. Und diesmal, ja, weil wir unsere Spitzhacke erstmal aufleveln mussten. Wir brauchen nämlich dort Mining-Level Kobalt. Ich habe direkt Manilium gemacht. Von daher dürfte uns jetzt keine Überraschung mehr erwarten. Was diverse Mining-Levels angeht. Aber bei uns weiß man ja nie. Vor allem bin ich jetzt gespannt, ob wir auf unseren alten Kapseln landen. Ist ja mal lustig. Ja. So, ich gucke vorsichtshalber mal. Fuel, ja, ist voll gut. Dann würde ich sagen, starten wir in 3, 2, 1, Start. Schaf, geh weg, sonst wirst du verbrannt. Ja. Ja. Wir haben ein schwarzes Schaf. Ja. Aber es war so schlau, runterzugehen. 3, 2, 1, 2, go. Ja, das wird ein Moment früher. Ah, da müssen alle in die Kapsel rein. Äh, haben wir jetzt die Kiste abgebaut? Äh. Hallo? Ja. Ja? Meinst du die Kiste? Wir können jetzt natürlich kein Inventar gucken. Hast du sie abgebaut, ja oder nein? Ich hab sie nicht abgebaut. Ich kann dir das jetzt nicht sagen. Ich kann gerade in mein Inventar gucken, weil ich gerade in der Umlaufbahn bin. Ja, ich auch. Ja, dann flieg du doch schon mal zu Merkur, ich guck nochmal. Ich flieg nochmal zurück. Gut. Danke. Danke. Hauptsache, du lässt mich da nicht hängen. Nein, nein. Ich komme gleich. Mhm. Juhu. Ich hab meine Kiste und ich hänge nicht in meiner Wolke. Schön. Auf die Bremse treten hier. In der Boden gleich schneller näher. Hier kommt auch noch ein Enderman. Natürlich ist hier Nacht. Und natürlich lande ich genau auf meiner letzten... Zack. Äh, ich glaube, ich sollte erstmal nicht aussteigen. Okay. Ich werde direkt umzingelt. Alles will mich beschießen. Angreifen. Ach, hier wird's auch gerade Nacht. Zum Glück kriegen sie alle Schaden. Weil ich glaube, die Bremsdüse noch brennt. Ja, wäre natürlich was. Die ganzen Pfeile prallen wieder ab. Das ist lustig. Ja, ich übernachte dann hier. Dann kann ich ja glatt warten, bis du wieder da bist. Richtig. So. Durchgeschickt, das wäre jetzt hier im Dunkeln. Und soll ich mir was sagen? Gut, dass ich zurückgeflogen bin. Weil die Kiste standen noch da. Richtig. Das war wieder mitgedacht. Gut, dass mir das noch eingefallen ist. Gestrandet am Wettbewerb. Das wäre es echt geworden. So, ich starte. Ja. Vor allem, wir wären hier komplett gestrandet gewesen. Wir hätten ja gar nichts hier gehabt. Ich weiß noch nicht mal, ob es hier normales Eisen gibt. Ja, Holz. Ja. Lust, dann wäre das als Play zu Ende gewesen. Und noch besser. Sauerstoff. Ja. Hätten wir ja auch einen auf Hans und Franz gemacht. Genau. Das wäre es echt geworden. Ich glaube, noch ein Zombie, der was von mir will. Oh, ich bin unterwegs. Und einen Bogen schützen. Und ich bringe was mit. Eine Kiste? Ja. Ich kann nicht, dass... Ich frage mich, wo der Zombie die ganzen Pfeile, älter Sklett, die ganzen Pfeile hat, die er hier verschießt. Bestimmt schon mindestens 30, 40 Pfeile, die rumfliegen. Ja, ich weiß auch nicht. Und dann geben sie mir nur zwei ab. Boah. Ist gerade ein Creeper hochgegangen. Und noch nicht mal der hat mir Schaden gemacht. Zum Glück. Sehr gut. Sind eigentlich unsere anderen Raum-Fan noch da? Ja. Ja, ich bin in meiner letzten Kapsel gelandet. Waaah. Das war jetzt aber schnell. Ne? Und ich bin auch ganz. Ja. So, gut. Dann steige ich mal aus. Aua. Ah, und brenne direkt. Kassel. Mein eigenes Triebwerk gefallen bin. Da bin ich direkt ein Zombie vorm Raumschiff. Ich bin quasi auf einem Zombie gelandet. Ich kann gerade nicht zugreifen. Aber den Zombie kann ich dir mal wegmachen. Danke. Kannst du auf die Kapsel zugreifen? Waaah. Ich nicht. Ja, aber wenn wir sie abbauen, müssten die Sachen rausfliegen. Ich würde sagen, da können wir mal später drum, wenn hier draußen Tag ist, oder? Ich weiß nicht, ob wir die überhaupt abbauen können. Irgendwas ist gerade bei mir bumm gemacht. Noch ein Creeper wahrscheinlich. Hast du schon versucht abzubauen, oder bist du schon unten? Ich krieg's denn nicht abgebaut. Nee, nee, ich bin noch hier. Waaah. Noch ein Creeper. Ja, super. Das wär's jetzt. Schön, dass wir die Kisten haben. Aber, äh, wir kommen trotzdem nicht weg. Aua. Ja. Boah, lass mich doch mal an dich ran. Blödes Kletz. Ach, Zombie. Hau ab. Lass mich in Ruhe. Keine Lust mit dir zu spielen. Bist du oben, oder was? Ja, ich wollte jetzt auch mal versuchen, meine Dinge abzubauen. Ich krieg's ja nicht abgebaut. Oh, ich hab meine abgebaut. Muss nur Rakete und Dings. Creeper, creep. Uaaah. Ja, ich spring natürlich direkt rein. Brau ich deine Arme ab. Redstone hat er mir gegeben. So, gut. Haben wir. Ich hab deine Sachen erstmal runter ins Sicherung. Aber die alten? Rakete und Pad hab ich. Zweimal jetzt. Okay. Warte, ich geb's dir. Eine Rakete. Gut. Jawoll. So. So, und ab nach unten, würde ich sagen. Ja, dann packst du lieber hin. Zack. So. Okay, wir können das jetzt nicht abbauen. Sehr wunderbar. Ich hab'n grünen Hahn. Das ist doch schon mal kruch. Achso, vielleicht krieg ich auch mal ein paar Facking in die Hand nehmen. Ja, na, na. Voll. Hammer. Geht doch. So. Ach da. ist auf bedrock auch hochkommen 3,4 schön schnell geht's auf jeden Fall du machst doch einigen Spaß richtig nur Herr Zombie wollen wir ein bisschen Spaß haben Aua die Zombies wollen Spaß haben er hat auch ausgeteilt ja soll er machen brauchen wir eigentlich nur das Teil das Zeug hauptsächlich ja und diese komischen Trauen und das Eisen das muss aber höher sein weil das habe ich noch nicht gesehen aber er geht sogar noch unter dem Bedrock weiter unter dem Bedrock ja unter dem Bedrock dürfte eigentlich gar nichts messen hab ich auch gedacht da geht es weiter da lacht gerade so ein ohne Ende ohne Ende ja warum ich gerade hier noch weiter in den Berg rein auf dem Merkur auch so ein Zeug was wir haben müssen Opfer und Sinn sammle ich mal ach alles mitgenommen ich weiß nicht ob es irgendwie so ein Ding gibt nur äh wurde dann Mercury Tin brauchst oder ob das normales Tin wird weiß ich nicht äh das wird normales Tin achso also Aua muss natürlich nicht sammeln du musst nicht in Massen aber Gold ja Gold ist immer praktisch Redstone gibt es hier ja leider nicht ist es noch mehr oben unten oder 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 dann dann Tief angefallen eh irgendwo hat es gerade rumgemacht ja hier ein Creeper aber Tompi also von dem Eisenzeugs habe ich noch keins gesehen vielleicht war ich Ich war einfach nur zu blind. In welcher Höhe hast du das Eisernen gefunden? Weiter oben? Ja, hier oben. Das war auch jetzt eine Eisernenhöhe. Gut, Bedrock jetzt nicht unbedingt, aber... Was ist denn hier? Holz gefunden. Kann schon mal jemand gelesen sein. Okay. So. Ja genau, ich glaube nämlich da... Ich glaube nämlich das Braumo für den Mars. Weil Venus kommt man ja auch in der Kleidung. Was brauchst du für Mars? Achso, dieses... Iridium. Eridium, ja. Ich glaube aus den beiden... ...wirfst du quasi... ...Kleidung. Schrauben. Kann man auch besonders in der Küche. Du bist relativ abgehackt teilweise. Echt? Ja. Ich glaube dein Dings spricht erst relativ schnell. Kann sein. Kann sein. Kann sein. Ich muss gleich mal in der Einstellung gucken. Schrauben. So, jetzt müsste ich erst mal finden. Ach, ich geister hier irgendwo rum. Spiel mit Mobs. Ah, schlimm ist das mit dem Sklett. Weil jedes Mal wenn ein Pfeil erwischt... ...haut er dich zurück. Bist du bei Bedrock auch? Ne. Ne. Ein Stück her. Weil ich dieses Eisen gesucht habe. Gefunden habe. Also dieses Eisen Zeugs habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Ja, wir hatten ja ein paar. Also ich hatte ja ein paar gefunden. Ja. Oh. Da warst du doch, oder? Ja. Ich muss mich erst mal kurz ein bisschen entleeren. Mein Inventar ist voll. Echt? Mh. Mit Steinen ohne Ende, oder was? Mh, auch. Ja, ist auch mal ein bisschen. Kannst du dich auch mal entleeren. Äh. Wo auch immer du bist. Müsste ich da. Ach, da bist du. Äh. 43. Da. Ein paar Pfeile müsste ich nehmen. Ein paar Pfeile müsste ich. Sicher Kiste. Fackeln. Ja. Warte. Ähm. Diese. Ah, toll. Schon gut. Hat sich erlebt. Hä? Ich hatte noch zwei Stacks im Inventar. Ich hab die bloß nicht gesehen, weil ich... So. Sehr schlau. So. Hä? Welche Höhe sagst du war jetzt dieses... Höher wahrscheinlich, oder? Keine Ahnung. Hab ich nicht drauf geahnt. Wir haben nämlich noch keinen einzigen Brocken davon gefunden. Versuch's mal. Essen werden wir auch brauchen. Das ist ja wie... Wie gefallene Meteoriten. Toll. Schleicht mir ein Clipper hinterher. Und? Ah. Da ist er explodiert. Ah. Ne Spinne. Ne Spinne. Ne Spinne. Warum ist hier auch dunkel? Hier ist doch hell. Warum ist die nicht... Die mögen uns einfach nicht. Das ist alles. Dabei tun wir denen doch gar nicht. Ja. Würden die uns in Ruhe lassen, würden wir denen auch nicht tun. Genau. Das stimmt allerdings. Was zum friedlichen mit? War schon wieder nicht so schlecht. Wow! Woaah! Vor allem mit dem Stein gehauen. Creepy creepy, die kommen zu dir. So wie so, ein riesen Löcher... Das sind halt wesentliche wie am Mond, äh ne cool Was sind wir denn hier überhaupt geheim? Hallo Skeletze Komm du mal zu mir, was machst du denn? Aua 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 Skeletze sind hier mit am schlimmsten Von den mitgetreten Zeugs hab ich noch nicht zu Ne noch gar nicht eigentlich Ich hab jetzt 30 hier Hm Sind immer nur Zinn und Kupfer Und ich geh nochmal lang Ich hab Mops Super Ein Äh vor allem mit dem Rucksack Was sie denn macht mit dem Rucksack zu hauen Ich hab schon Attacke Komm her, komm her, komm her, komm her Aua Aua Wau mal, gibt's hier nur Skelette Ich bin jetzt auf Höhe 43, da ist auch keiner Ja, die Höhle ist auch ziemlich jetzt ausgebeutet, ne? Ja, ich bin ja im Moment immer in unentdeckten Gebilden Hm Naja Komm Da bist du Ich muss mich schon wieder entleeren Auch noch Dunkel Ah, hier kann man nur zwei Blöcke hochspielen Nein, das ist nicht Mond kann man da hoch Drei blöckig Da kommt natürlich ein Kriber von oben Ach Hm Wenn ich so große Löcher haben wollte Will ich doch gar nicht Die verstehen mich nicht Die wissen nicht, was ich will Genau Mal gucken, wo hier der Ausgang war Ja Bauen wir uns ein Ich will der Hauptsache am Ende Mal was essen, das nützt alles nicht Also so ein Ausflug am Merkur, der macht Hunger Echt? Hm Ja Ja, mein Timer bimmelt gerade Oh, alle Spinni Ja Vielleicht sollten wir uns nochmal finden Hm? Achtung Waaah Der ist grad Mob Party Ja, oder ist gleich ein Creep auf mir Ja, den hab ich nicht Hier unten ist gleich der nächste Ah, ein Mini-Zombie Hab ich schon dicht gehauen So Gut Ja Ja, dann war's das für diese Folge Wir melden uns dann bei der nächsten wieder Bis dahin, tschüss Tschüss Ja, dann war's das für die Folge Ja, dann war's das für die Folge